Wie ihr vielleicht seht, wir sind nicht mehr das kleine Start-up LogLab, sondern seit Anfang des Jahres gehören wir zu 100% Hexagon. Wir sind also jetzt Teil einer großen Familie und ihr habt gerade eben schon gehört, da gibt es eine Plattform, da gibt es Aufnahmetechnologie, da gibt es sehr, sehr vieles, was diese Firma bietet und trotzdem hat es eine Lücke gegeben. Und in diese Lücke hat die kleine Firma LogLab gepasst mit dem, was wir eben an Technologie entwickelt haben. Und so ist unser kleines Start-up nach sechs Jahren gekauft worden und das war für uns natürlich ein toller Erfolg und wir fühlen uns jetzt sehr wohl, weil wir können jetzt für die Kunden nochmal ganz andere Dinge entwickeln in dieser Familie. Ich will euch jetzt mal ein Anwendungsbeispiel geben. Wir haben jetzt ganz viel von Plattformen gehört und von Scannern und so weiter, aber was machen die Kunden damit? Wo ist der Bedarf und wo passt das Ganze rein? Ich fange mal an mit einer Vision. Diese freundlichen Kerlchen hier sind Facility Manager. Deren Job ist es, einen großen Anlagenbestand am Laufen zu halten. In der Regel haben sie dabei ein sehr hochkomplexes Regelwerk an irgendwelchen Auflagen, Energie, Klimaziele, CO2 und so weiter. In der Regel kriegen sie immer zu wenig Geld, aber sie müssen dafür sorgen, dass Produktionsstätten oder Bahnanlagen oder anderes immer in tadellosem Zustand sind, damit eben Züge fahren können oder Dinge produziert werden können. Und in ein paar Jahren haben die die Unterhaltung, dass sie sagen, weißt du noch, damals, da haben wir diesen Anlagenbestand am Laufen gehalten und wir hatten nur Listen und Excel und technische Plätze und wir mussten immer wieder die Informationen suchen. Und dann sagt der andere, ja stimmt, jetzt wo du es sagst, zu der Zeit, da hatten wir noch gar keine 3D-Modelle, über die wir diese Informationen ganz intuitiv und einfach finden konnten. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir unseren Job damals gemacht haben. Und der eine sagt nur so, da will ich nie wieder hin zurück. Und genau das wollen wir ja erreichen mit dem, was wir hier alle machen, mit dem Scannen, mit dem Aufnehmen und mit dem Produzieren dieser BIM-Modelle oder der digitalen Zwillinge. Gut, jetzt habe ich schon die beiden Begriffe benutzt. Digitaler Zwilling, BIM, gehen wir ein bisschen darauf ein. Ganz grundsätzlich, wie gesagt, es geht von der Aufnahme bis hin zur Prozessierung der Daten, um nachher digitale Produkte zu erzeugen, die in irgendeiner Form einen Mehrwert für den Anwender bieten. Darum geht es ja, was wir erreichen wollen. Und diese 3D-Produkte und die Anwendungen sind vielfältig. Und deshalb muss es auch so viele der verschiedenen 3D-Formate geben. Welchen davon nennen wir jetzt BIM-Modell? Welchen nennen wir digitalen Zwillingen? Josef hat es schon gesagt, ich war früher in der BIM-Standardisierung. Jetzt bin ich in Standardisierungsgremien für digitale Zwillinge. Im DIN in Deutschland und im ZEN in Europa. Da sitzen über 30 sogenannte Experten zu diesem Thema. Jetzt raten Sie, was die nicht hinkriegen. Sich auf eine Definition zu einigen, was ist ein digitaler Zwilling. Totales Armutszeugnis, oder? Wir standardisieren etwas, wir reden über etwas, von dem wir es nicht schaffen, zu sagen, was es eigentlich ist. Aber da stehen wir. So, jetzt habe ich schon gesagt, es gibt verschiedene Arten der 3D-Formate. Die haben auch alle ihre Berechtigung und ihren Wert, wenn sie richtig eingesetzt werden. Fangen wir mal ganz einfach an. Die Punktwolke, die kennt ihr, wenn sie aus der Laser, Leider oder irgendwelchen anderen Aufnahmegeräten kommen. Es gibt auch videogrammetrische Punktwolken. Sie sind halt besonders gut geeignet, um große Räume abzubilden, ganze Stadtmodelle oder so etwas. Oder um etwas hochgenau aufzunehmen. Dann haben wir eben gehört, jetzt kann man inzwischen sogar schon vollautomatisiert aus der Punktwolke eine Dreiecksvermaschung machen. Die Dreiecksvermaschung hat wieder andere Anwendungsfälle und sie hat auch nochmal ein anderes Datenvolumen, ein anderes Datenformat als die Punktwolke. Dann kommt aus dem ganzen Bereich von BIM, Plan und so weiter das reine 3D-Geometrie-Modell oder auch vielleicht sogar noch 2D. Dann haben wir natürlich noch das BIM-Modell und dann haben wir noch das Bestandsmodell. So, und wie unterscheiden die sich jetzt und was sind das wiederum für Formate? Wir bei LogLab sind darauf spezialisiert, dass wir Bestand kopieren und daraus BIM-Modelle machen, also objektbasierte 3D-Modelle, nicht Dreiecksvermaschungen. Das ist das, was unsere Lücke war und unser USP. Es gibt aus der Literatur, wie ich finde, eine sehr hilfreiche Definition, BIM-Modelle und digitale Zwillinge zu unterscheiden. Weil ich werde oft gefragt, ist es denn eigentlich das Gleiche oder nicht? Aus meiner Sicht ist es ganz einfach. Das BIM-Modell ist ein objektbasiertes 3D-Modell. Das hat sie mit dem digitalen Zwilling gemein. Aber das BIM-Modell kommt eben eher aus Planung und Bau. Es existiert also vor dem eigentlichen physischen Bauwerk. Es ist der Prototyp. Während wir den digitalen Zwilling als Instanz von etwas rückwärts sozusagen generieren, weil das Ding ist ja schon gebaut worden und steht ja schon. Ich finde diese Definition eigentlich sehr hilfreich, die beiden zu unterscheiden. So und wenn wir also so ein Modell erstellen, jetzt haben wir hier so ein schönes Pumpwerk. So etwas zum Beispiel für den Bereich Facility Management. Das braucht man gar nicht mit dem Laserscanner aufzunehmen. Hierfür würde zum Beispiel ein einfacher Durchgang mit einer Videokamera reichen. Daraus kann eine videogrammetrische Punktwolke gerechnet werden. Und dann eben, und das ist hier das Wichtige, dann kommt der Objektbezug, also etwas, worauf ich klicken kann. Denn in dem Moment, wo ich ein Objekt habe, kann ich es mit Daten verlinken. Und das ist eben der ganz große Unterschied zu den Dreiecksvermaschungen oder den Punktwolken. Und hier liegt der ganz große Mehrwert der objektbasierten Modellierung, wie ihr es aus BIM auch kennt. So, darüber gehe ich jetzt mal ein bisschen weg. Das kommt später nochmal, dass es eben verschiedene Produkte gibt dann in dem Bereich, die man da liefern kann. Und ganz wichtig ist, wir haben eben schon gehört, es gibt eine Cloud-basierte Plattform bei Hexagon HXDR, also Hexagon Digital Realities, die sehr viele verschiedene Applikationen hat, mit Schwerpunkten auf diesen verschiedenen Datenformaten. Und wir stellen jetzt mit der LogLab Cloud powered by HXDR eine neue Applikation zur Verfügung mit dem Schwerpunkt Asset und Facility Management von solchen BIM-Modellen letztendlich. Und das Ganze basiert auf dem Feedback, was unsere Kunden uns gegeben haben, was sie gerne mit verschiedenen 3D-Modellen machen können im Betrieb. So, und jetzt gucken wir uns mal an, wie sowas aussieht. Und diese Geschichte habe ich mir nicht ausgedacht, sondern das ist wirklich, was unsere Kunden uns erzählen. Wir reden über ein großes Kraftwerk, ein Wasserkraftwerk. Und dieser Kunde, der Betreiber, hat 135 große Wasserkraftwerke. Sagen wir, in einem um 11.29 Uhr steht eine Turbine still. Es gibt einen Alarm. Und die Margot, das ist die Leiterin vom Facility Management dieses Kraftwerks, die kriegt also so eine Warnmeldung aufgeploppt in ihrem System, in ihrem Listensystem, was auch immer das ist. Die schreibt einen Arbeitsauftrag, denn die haben natürlich einen Auftragnehmer, der solche Aufträge für sie erledigt. Dann geht das an den Ralf, der ist der Leiter von dem Reparaturteam der Firma Schnell und Sauber. Und der hat wieder ein anderes System, der generiert dann also eine Einsatzanweisung. Und die bekommt der junge Lennart. Und Lennart ist also seit drei Monaten bei der Firma Schnell und Sauber. Und dann ist es 11.53 Uhr und die Turbine steht immer noch still. Und das Kraftwerk produziert keinen Strom. Und der Lennart macht sich auf den Weg. Und dann beginnt das, was wir den täglichen Wahnsinn nennen. Denn der Lennart ist jetzt erst zum zweiten Mal in diesem Kraftwerk. Und er muss ein Gerät suchen, von dem er die Nummer weiß und was es ist grundsätzlich. Aber in welchem Raum steht denn das jetzt? Dieses Wasserkraftwerk hat drei Turbinen mit zig technischen Räumen, die jeweils den Turbinen untergeordnet sind. Und der Lennart fängt jetzt erst mal an, den Raum zu suchen, in dem das Gerät stehen könnte. Und bei der Zeit ist es schon ein Viertel nach drei und er hat den Raum noch nicht mal gefunden. Und dann hat er endlich mal einen Raum, in dem diese Transformatorenkästen sind. Und dann hat er wirklich jedes Ding, hat er diesen Aufkleber mit der Nummer. Und er geht dann von einem zu anderen und vergleicht die Nummer mit seinem Arbeitsauftrag. Leider stehen die nicht in einer Reihenfolge, sondern die Nummern sind total durcheinander. Jetzt ist es mittlerweile halb fünf und die Turbine steht immer noch still und der Lennart sucht auch noch immer. Und dann nach mehr als vier Stunden hat er endlich das richtige Gerät gefunden, was defekt ist. Und jetzt kann er mit der Arbeit beginnen. Und dann schraubt er den Deckel auf und dann springt eine Feder raus und die rollt weg. Und die ist jetzt für ihn unerreichbar. Und er kommt da nicht mehr ran und ohne diese Feder kriegt er den Deckel auch nicht wieder richtig drauf. Und er kann die Arbeit auch nicht mehr beenden. Und das heißt, jetzt ist es abends um acht und die Turbine steht still und der Lennart muss jetzt zurück, hat Überstunden gemacht, aber die Reparatur ist nicht erfolgt. Und sowas passiert jeden Tag und immer wieder und überall. Und das Schlimme daran ist, diese Suche, die kann nicht persistiert werden, die kann nirgendwo gespeichert werden. Beim nächsten Arbeitsauftrag beginnt die wieder von vorne. Und alle diese Dinge, die multiplizieren sich auf. Und das ist einfach verlorene Zeit, verlorenes Geld. So, jetzt stellen wir uns mal vor, wir hätten eine Cloud-Plattform, die mit verschiedenen Anwendungen, in denen wichtige Daten und Informationen liegen und verwaltet werden, verknüpft ist. So, dass wir über ein 3D-Modell Daten ganz einfach finden können. Und jetzt spielen wir den ganzen Kram nochmal durch. 11.29 Uhr, Turbine steht still. Die Maggot kriegt in ihrem System die Fehlermeldung und sie hat dabei schon das 3D-Modell und das kaputte Gerät blinkt. Und sie kann im 3D-Modell, im Echtzeitmodell jetzt navigieren. Sie kann genau sehen, wo das ist. Sie könnte sich auf die nächstgelegene Überwachungskamera aufschalten. Sie kann auf die Geräte klicken, die nebendran stehen und gucken, was zeigen die für Werte. Hat nur das eine ein Problem oder gibt es eine Überhitzung oder so etwas. Sie gibt dann über die Plattform eine Push-Notification an den Ralf von der Firma Schnell und Sauber. Und der drückt das weiter als Push-Notification und der Lennart kriegt das auf sein Tablet. Bevor der Lennart sich ins Auto setzt, guckt er erstmal auf dem Tablet, wo muss ich denn hin? Und was ist denn das für ein Gerät, was ich da reparieren muss? Und er kann sich schon mal über Klicken verschiedene Informationen anzeigen lassen. So, 11.53 Uhr, der Lennart fährt los und dann kommt er am Kraftwerk an. Und wie wir vorhin gehört haben, er war ja noch nie vorher da, er kennt das nicht, stellt sein Auto auf den Parkplatz, nimmt sein Tablet und sagt, so jetzt führ mich zu dem defekten Gerät. Und das Tablet hat eine einfache Indoor-Navigation, der stellt sich da einfach rein und das Ganze sieht aus wie in echt. Er kann sich sofort orientieren und dann sagt er, okay, da geht es zum Gerät. Jetzt geht er aber erstmal kurz noch zum Überwachungsmonitor. Schaut mal drauf, auch der ist im virtuellen Modell an Echtzeitdaten verknüpft. Also auch die Margot sieht in ihrer Zentrale genau die gleichen Daten, die der Lennart auch sieht. Und dann sagt er, jetzt führ mich zu dem Gerät. Das Ding blinkt ganz freundlich. Er geht direkt dahin und dann vergleicht er nur noch die Nummer und sagt, ja, das stimmt. Jetzt klickt er wieder erst auf seinem Tablet nochmal auf das Gerät, kann sich nochmal Daten anzeigen lassen von Sensoren oder anderen Daten. Und dann sieht er, da ist ein Ausrufezeichen. Da hat ihm ein älterer Kollege beim letzten Arbeitseinsatz eine Nachricht hinterlassen. Nicht ihm, irgendjemand hat gesagt, wer auch immer das Ding das nächste Mal aufschraubt. Und mir ist damals so eine Feder rausgesprungen. Halt die bloß fest, weil wenn die dir wegrollt, ist das echt ärgerlich. Und der Lennart weiß also genau Bescheid, was er zu tun hat. Der Lennart schraubt den Deckel auf. Er hält die Feder fest. Er beendet in kurzer Zeit die Reparatur. Er hat das richtige Werkzeug. Er weiß genau, was er zu tun hat. Und der Lennart überlegt jetzt, ob er Feierabend machen kann, weil er hat gesehen auf seinem Tablet, dass auf der Dachterrasse jetzt die Sonne ist. Und dann kann er sich noch ein bisschen in die Sonne legen. Ja, ganz simple Story. Ein einziger Anwendungsfall multipliziert den nicht nur mit 130 Wasserkraftwerken, sondern mit Anlagenbestand überall. Und guckt mal, wie viele Beschäftigte gehen jeden Tag mit irgendwelchen Papierlisten und vergleichen Nummern mit Anlagen, die sie zu warten haben. Und dann habt ihr euren Business Case für digitale Zwillinge und Cross-Plattform-Integration. Dankeschön.